Ist der Putin der Richtige? Und gibt es keinen anderen? Wir brauchen doch noch vielleicht eine Alternative. Kriegt er nicht? Ich mache eine Fortschritte, komm mal. Setz dich mal auf meinen Platz. Setz dich mal auf meinen Platz. Ich möchte deine Rolle jetzt haben. In eine andere... In eine andere... So, was ist das für eine schräge Sendung? Jetzt erzähle ich mal was hier von mir. Du hast ja ein Land, wo vermenschliche Zusammenhang. Ja, ja, ja. Warum bist du aus Russland weg? Jetzt antworte nochmal, konkret. Nicht die Revolution erklären. Deinen persönlichen Grund. Ich will wissen, ob dir Russland gut genug wäre, um dort zu leben. Oder ob es dir hier besser gefällt, weil es hier besser zu leben ist. Ich konnte die Bücher nicht lesen, die ich lesen wollte. Ich konnte meinen Job nicht machen, mein Theater. Bei dem ersten Theaterstück, das war ein harmloses Ding. John Lennon, Birthday, ja. Sofort, große Aufgeburt, Polizei. Wir waren ständig im Kampf. In so einem blöden Untergrund.